Was ist das? Ein Boot mitten in der Stadt. Ja, hier ist ein Boot und ich werde es mal mit dir zusammen erkunden, okay? Ich habe keine Ahnung, was hier ist. Ich finde es nur sehr interessant, dass hier dieses Boot einfach so steht. Und hier sind auch sogar noch Dinge von damals, als es noch als Boot benutzt wurde. Hier ist ein Seil. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber hier ist ein Seil. Hier ist etwas Rotes. Das könnte alles Mögliche sein. Das könnte eine Schutzweste sein. Und hier ist eine Treppe. Ich weiß nicht, ob es okay ist, wenn ich die Treppe einfach hochgehe. Ich werde es mal einfach machen. Okay, jetzt bin ich auf dem Boot. Es scheint doch gar nicht irgendwie benutzt zu werden. Oder ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es benutzt wird oder nicht. Hier ist ein Deckkarten, ja? Ein Kartenspiel. Ja, im Fall des Feuers brechen sie das Glas und rufen sie die Notfallnummer. Das war übrigens sehr vietnamesisch. Ich bin immer noch in Vietnam. Mal ganz kurz nach vorne gehen und mal gucken, wie es von da oben aussieht. So, da unten ist mein Rucksack. Hoffentlich klaut mir das niemand. Heute ist ein bisschen ein stressiger Tag. Ich musste ein paar Dinge erledigen. Und jetzt sind diese Dinge erledigt. Und es fühlt sich immer gut an, wenn man etwas tun muss am Tag. Und man hat so viel Stress. Man denkt, ich muss noch das tun und das tun und so. Ich habe nämlich mein Laptop-Kabel auf Arbeit vergessen. Und dann musste ich einen Kollegen bitten, mir den Schlüssel für das Büro zu geben und so weiter und so weiter. Also, ich bin jetzt kurz temporär angestellt für drei Monate. Aber natürlich bin ich immer noch total AGL verpflichtet. Das ist sogar ein bisschen schwierig, gerade weil ich eigentlich viel lieber für Authentic German Learning arbeiten möchte, als für irgendjemand anderen. Na ja, aber nach drei Monaten werde ich wahrscheinlich wieder 100% für AGL verfügbar sein. Genau, aber der Punkt ist nur sehr viel Stress. Und sobald man den Stress überwunden hat, hat man so ein sehr erleichtertes Gefühl. Man ist sehr erleichtert. Oh, okay. Jetzt gebe ich hier auch nochmal hoch. Wuhu. Mittlerweile haben die Diebe alle Zeit erwählt, meinen Rucksack zu stehen. Okay, der ist nämlich sehr schwer, deswegen wollte ich ihn nicht mitnehmen. Aber ich denke, das wird schon... Wow. Ist das genial. Ist das genial. Wow. Wow. Meine Fresse. Wie man im Deutschen sagt, meine Fresse. Ja. Oh, es geht sogar noch höher. Es geht noch höher. Ha. Mit einer Hand. Wow. Okay. Jetzt kann ich euch auch einen guten Blick über Vietnam geben. Jetzt ist gerade Feiertag, deswegen ist vielleicht nicht allzu viel los. Es gibt immer noch viele Hintergrundgeräusche, aber nicht so viele, wie ich es gewohnt bin. Ja. Ich filme leider nicht so viel von Vietnam, weil es immer so laut ist. Und ihr könnt mich da nicht verstehen, aber ihr wollt natürlich auch etwas von Vietnam sehen. Also filme ich immer, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Okay, jetzt ist es so. Meine Güte. Juhu. So, genau. Also, um nochmal zu erklären, weil manche Leute fragen mich manchmal, Marco, was ist dein Beruf? Und ich denke mir immer, was ist mein Beruf? Ich bin der Gründer von Authentic German Learning. Das ist mein Beruf. Weil ich nämlich wirklich das als meinen Hauptberuf sehe. Aber jetzt kurzfristig für drei Monate arbeite ich auch für eine Firma, die auch Deutsch beibringt, um meine finanzielle Lage ein bisschen aufzubessern, sodass ich mir nicht zu viele Sorgen machen muss um Geld und dass ich auch euch besser helfen kann. Ja, wenn ich euch helfen, wenn ich euch helfe und dabei sehr sorgenfrei bin, dann kann ich euch aus einem viel besseren Ort heraus helfen. Ja, dann habe ich das Gefühl, meine Stimmung, meine Lage ist viel besser, um euch besser helfen zu können. Und wenn ich selber Sorgen habe, ich meine, ich möchte euch ja inspirieren. Ja, wenn ich selber Sorgen habe, dann kann ich euch nicht so gut inspirieren. Deswegen mache ich jetzt kurzfristig auch einen anderen Job. Aber ich bin natürlich immer total verpflichtet, total dem Projekt Authentic German Learning gegenüber verpflichtet. Ich möchte das betonen, weil es wirklich für mich eigentlich nichts anderes gibt in meinem Leben, in meiner Zukunft. Ja, mir ist das zahlwichtig, ja, manche Leute schreiben mir, hey Marco, total toll, was du machst, hör nie auf, ja. Und ich möchte, dass ihr wisst, ich höre auch nie auf, ja. Ich werde in zehn Jahren das noch machen, ja. Ich werde vielleicht nicht so viel Zeit selber investieren. Ich werde wahrscheinlich ein Team haben. Aber zum Beispiel die Videos, die werden immer weitergehen. Und dann ist es vielleicht, hilft mir vielleicht ein Team dabei, Untertitel zu machen oder Kurse zu erstellen und so weiter. Deswegen bekomme ich in Zukunft mehr und mehr Hilfe. Also ich bin jetzt auch schon dabei, ein Team aufzubauen. Also wenn du mit dabei sein möchtest in diesem Team, das ich ein Superhelden-Team, also das ich Superhelden-Team nenne, ja. Das Authentic German Learning Deutsch Superhelden-Team, ja. Dieses Team hilft mir schon dabei, ja. Ich habe schon zwei Freiwillige, die mir ein bisschen helfen. Und sie machen echt fantastische Arbeit. Und die Früchte, deren Arbeit werdet ihr auch bald sehen, ja. Zum Beispiel auf Instagram oder dadurch, dass ich mehr Zeit habe für andere Dinge, weil sie mir Dinge abnehmen, die so im Hintergrund passieren. Und falls du mitmachen möchtest, ja. Manche Leute haben mich gefragt, obwohl ich die URL versuche, jedes Mal zu nennen. Okay. Authentic German Learning Punkt Kom Schrägstrich Arbeiten. Das ist die URL, wenn du mit dabei sein möchtest im Team. Okay. Und dann bekommst du dort alle weiteren Informationen, beziehungsweise über E-Mail. Ich schreibe dir dann eine E-Mail, wenn ich sozusagen die Zeit habe, um dich zu trainieren für den Job, den du für mich machen möchtest. Okay. Genau. Was war noch? Genau. Also ich wollte nur betonen, dass das Projekt niemals aufhört. Okay. Vielleicht, wenn ich irgendwann alt bin und in Rente gehe, dann werde ich vielleicht jemanden haben, der das für mich weitermacht. Wir werden es sehen. Genau. Also das war die Boots-Tour. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Und ich habe so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie man im Deutschen sagt. Und ja, ich hoffe, du fandest es interessant. Und wir sehen uns später. Tschüss.